weiter noch eine er sagt ja und verlassen die Gruppen 37 wenn er genug Punkte hat endlich wieder muss und außen und außen und außen ja wirst du noch eine machen mit dir oder also ich bin schon ausgegangen ja hinfgleich Die, 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 die. Stirb, der Apfel! Bei dir zieht's. Er hat's verstanden. So, wie schaut denn die meisten aus? Ich kann mir's vorstellen. Und hat die, was auch ein Arm haben, statt ein... ...ein Meiskolm, statt ein Arm. Haben irgendwie was. Da haben sie sich wieder was einfallen lassen. Die waren da sicher grad voll zu, ob sie das gemacht haben. Und nun? Ja. G'siehst du ein bisschen schwar da drin, gell? Ja. Ja. Jetzt ist ja nix da. Warte. Wer? Da steht noch mal, da ist letztens euer Silver Lady gestanden. Aha. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Gold. Gold. Das war jetzt gut. Da hinten sind Viecher, die sich immer umbringen. Ja, ich weiß. Und hinten haben wir's ne Eisendor. Ich bin eigentlich der kleine Gestörle. Wer? Der... Troll. Ähm, I do not know. Weil da müssen wir zurück den Hull nämlich. Nein, müssen wir nicht, ich krieg's trotzdem. Ja, wir müssen 20 Viecher umbringen, die zählen da dazu. Oh mein Gott, okay, okay, g'siech's grad. Nur da muss er dabei sein. Ich seh's gerade. Warte. Was ist denn des? Haben wir das Eisendor grad anbaut? Schilderspawn. Ich weiß nicht. Nein. Das Stein war noch nicht. So. Ja. Wir haben zur Auswahl, weil wir jetzt weiter gewesen, äh, weiter innes machen müssen. Oder Mann oder Duisterbus. Und weil beides Arschlange innes. Was, ja. Oh, das muss ich da waren. Gut. Ups. Nicht falsch gerend. Ja, da ist. Da, hier haben wir ihn. Hast du die Quests schon abgegeben, oder? Ja, ja, der eine. Schau. Früher hat mir das Gebiet da besser gefallen, irgendwie. Ich wollt grad sagen, ob sich das dann grad ein bisschen verändert hat. Ja, schon. Ich wollt ja eigentlich grad auf, da wo wir jetzt sind, auf den Dalsenhof, oder wie das heißt. War das früher nicht einmal alles zerstört? Und da war ich eigentlich gar nix gerieren. Da waren die Dinge früher, die... Die ganzen Untoten und die Kästl. Ja, genau. MAH! Ah! Ich... Ich hab... Ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Der Trottl castet auf sich selbst Mohnfeuer. Ja, ich weiß. Kompletter Trottl. Aber echt! Hat ein paar solche Experten. Ja, genial. Geht das auch im Spiel eigentlich, ja? Na! Zum Glück nicht. Stell dir mal vor, wenn du jetzt raiden bist und auf einmal heißen Boss. Ja, bitte. Aber klickst dich. Ups. Tja. Tja, bitte. Ja, bitte. ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp Mit Überlebensinstinkt, ich check das nicht. So, ich hab immer alle Bären so. Knolle! Hm, ich wollte gerade sagen, da hinten ist ne Knoll. Knoll. Knorr. Knorr. Brauchen wir ja nicht, oder? Na. Knolle nicht. Knoll. 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 Da ist es bei mir da, geil. Dann bin ich schon alle da. Gut. Da auf hier rein, dann brauchst du nicht zu dir Adler. Ich würde nicht über das Eisen haben. Also. Ich hab's auch jetzt nicht wegschauen. Und dahinten ist das nächste Eis. Wolf. Wolf killt ein Wolf. So. So, die Wurfen haben mich auch schon alle. Ich begeb mich gleich mal runter zu den Spiders, glaub ich, was ich muss. Dann komm ich gleich mit. Spinnis. Spinnern. Du mit deinen Spinnern. Ich mag die Drecksfücher nicht. Okay. Was macht denn der Trottel jetzt da? Seine so lieb mit die... Acht Haxler, aber so. Äh. Like. Was macht... Was macht denn der Trottel da jetzt? Jetzt verwandelt er sich in eine Katz und dann hüpft der Deppert in der... Wollten's da mal da mal? Geil ist, wenn er sich in eine Wald ausverwandelt. Geil. Acht. Das schafft er. Hä? Das schafft er am Land. Ja. Meine Fressen. Ja, der... Geil. Dich hat grad Jade gegeben. Du hast Loll. Geil. Brauchst du's? Geil. 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 Ja, ich weiß was wir haben. So, da hinten glaub ich war ein Händler, oder? Ja. Wo wir die Quests abgegeben haben wollen. Genau noch zwei freie Inventarplates. Da hinten? Ja, ja. Wo wir's angenommen haben. Passt.